Moins und Freunde der Sonne! Heute sprechen wir über diese wunderschönen Geräte, die wahrscheinlich gehyptesten Pedale im Simracing-Markt, würde ich sagen. Und zwar sind das die VHS-Pedale. Irgendwie gefühlt immer ständig ausverkauft und gefühlt jeder möchte die fahren. Und ich habe sie jetzt drei Wochen mal an meinem Drink dran gehabt und habe sie mal ausprobiert und werde euch jetzt quasi mit auf die Reise nehmen, was diese Pedale so können. Ob sie wirklich so gehypt sein sollten und ob der Preis gerechtfertigt ist. Also, abfahrt du. Das Unboxing habt ihr ja zu den VHS-Pedalen schon gesehen. Also das war wirklich einfach nur roh auspacken, gucken, erster Eindruck. Und jetzt bin ich die guten Dinger mal drei Wochen gefahren. Zwei intensiv. Einer davon war ich im Urlaub, also ich war drei Wochen am Rick. Aber zwei Wochen bin ich sie sehr intensiv gefahren mit Endurance-Rennen. Sogar zwei andere Leute sind sie gefahren. Und ich glaube, irgendwas bei 20, 30, 40 Stunden reine Fahrzeit. Was kann ich jetzt nun also zu den VHS-Pedalen sagen? Erstmal, das hier, habe ich wirklich gedacht, ist am Anfang eine sehr komische Sache, dass man diese Box irgendwie noch extra dabei hat. Aber irgendwie, am Ende hat es eigentlich gar nicht gestört. Also, du knallst hier deine beiden Kabel rein von den Pedalen, die jeweils dran sind, was ich sehr schön finde, dass es LAN-Kabel sind, also Cut und sie ihren Zweck erfüllen. Und die Box hat gar nicht gestört. Also, im Endeffekt ist das sogar ziemlich cool, dass das nicht hier dran ist, sondern das wirklich nur mechanische Teile sind. Und zu den mechanischen Teilen kommen wir mal. Sprechen wir mal über das Gaspedal an dieser Stelle. Diese Feder, die macht mich fettig. Warum ist sie so krumm? Was soll das? Aber es funktioniert. Also, es ist tadellos. Es gibt keinerlei Probleme damit. Es ist doch sehr human von der Druckkraft. Also, falls jemand was Stärkeres sucht, ich denke, das hier ist doch sehr zärtlich, würde ich sagen, beim Drücken. Also, nicht wirklich viel Widerstand. Es ist aber völlig ausreichend und total fein. Von den Einstellungsmöglichkeiten her, beim Gaspedal habe ich nicht wirklich viel gemacht, außer, dass ich diese, ja, ich nenne sie immer gerne die Fußablage oder die, ja, Tretablage, habe ich jetzt ein bisschen weiter nach vorne gestellt, weil meine Pedale in meinem Rig immer so ein bisschen nach hinten gekippt sind, weil ich das persönlich ein bisschen schöner finde, von oben drauf zu treten. Also, mehr auch wie in einem Auto. Und deswegen sind sie hier so ein bisschen weiter vor, damit sie quasi sich genauso anschmiegen an meinem Fuß. Und das ging wirklich super easy peasy. Also, es war hier an der Seite einfach zwei Schrauben lösen, das hindrehen, Schrauben wieder festmachen und fertig war der Bums. Den Rest habe ich standardmäßig gelassen. Also, ich hätte jetzt hier den Pedalweg an der Schraube, hätte ich noch verändern können und das etwas nach oben schieben können. Aber den Pedalweg fand ich sehr schön. Also, er hätte für mich, für mich war er wirklich optimal. Also, man könnte ihn jetzt noch verkürzen und man könnte ihn auch noch verlängern, aber das war für mich nicht notwendig. Also, das Gaspedal, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich am schönsten beim Startfahren. Ich konnte mit diesen Pedalen irgendwie bessere Starts fahren, weil ich die durch dieses, dass es so leicht war, konnte ich die Geschwindigkeit besser halten. Also, das war zum Beispiel im Gegensatz, im Vergleich zu meinen Entwicklers, die ich seit anderthalb Jahren fahre, am Gaspedal viel, viel besser. Also, da habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass ich was vermisse, sondern sogar eher noch Pluspunkte sammle. Das klingt jetzt super bescheuert, aber das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Falls jetzt übrigens jemand erwartet, dass wir das Ding hier komplett auseinanderbauen und ich euch alle elektronischen Teile erkläre und was in dieser Box drin ist und was hier vorne dran ist, das gibt es hier leider nicht auf diesem Kanal. Denn ich erzähle dir einfach nur aus meiner Sicht als ganz normaler Fahrer, wie sich die Pedale anfühlen und was du erwarten kannst und was du einstellen kannst. Also weiter zur Bremse, denn das Gaspedal, so wie es ist, schauen wir uns mal die Bremse an. Das hier ist eine der interessantesten, geilsten, aber auch irgendwie für mich persönlich nicht passendsten Bremsen, die es gibt. Man kann hier richtig mit Schmackes und volles Cartoon reintreten. Meine Bedenken, die ich am Anfang hatte, dass hier eventuell irgendwas kaputt gehen könnte, haben sich nicht bestätigt. Das Ding läuft blei gebrießt. Also wirklich unglaublich gut, total schön und es fühlt sich auch noch geil an. Aber, und jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Aber. Hier geht zwar viel auch in dem Pedal um Kraft, aber auch sehr viel Weg. Und ich bin nicht so ein Freund von sehr viel Weg. Und meine Katze ist auch nicht so ein Freund von Weg, deswegen möchte ich auch gerne nochmal vorbeikommen und auch an dieser Review teilnehmen. Was ich damit meine ist, dass diese Pedale, also sie sind jetzt schon sehr hart eingestellt, aber für mich persönlich, wenn ihr hier mal seht an der Seite, man kann sich mit der Hand bewegen. Das wäre bei meinen persönlich drüben nicht machbar. Und bei meinen Entwicklers trete ich persönlich in eine Wand rein. Da ist irgendwann einfach Feierabend, da bewegt sich nichts. Aber hier hinten ist noch sehr viel Spiel drin. Ich möchte extra hier an der Stelle anführen, das ist persönliche Präferenz. Also für meine Bedürfnisse, die ich habe, passt diese Pedale leider nicht. Ich habe sehr viele Hinweise bekommen, dass man die Feder noch tauschen könnte gegen eine gelbe und das dann an der Stelle etwas stärker wäre. Und das könnte man ausprobieren und die Möglichkeit habe ich auch noch, das irgendwann mal auszuprobieren. Denn diese Pedale bleiben hier, weil ich möchte sie gerne nochmal mit der Feder testen, weil ich finde die wirklich grandios. Nur sind sie für meine Bedürfnisse nicht gut. Aber jetzt mal zu der Erklärung, was hier alles gemacht wurde. Ich habe zum Beispiel hier oben an dem Schaft, habe ich meine Vorspannung etwas verstärkt. Also normalerweise kann man hier noch sehr viel mehr mit den Händen machen, wenn sie standardmäßig zu dir nach Hause kommen. Dann hast du hier sehr viel Spiel drin. Mir persönlich gefällt das aber nicht sehr gut. Muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit das, weil ich habe nur beim Fuß rauflegen, löst diese Bremse aus, so zärtlich ist hier. Was auf eine gewisse Art und Weise total geil ist. Für Menschen, die nicht so viel da rein strampeln wollen, sondern so geschmeidige Sockenfahrer sind oder auch einfach so grundsätzlich so ein paar gemütliche Typen sind. Und nicht immer mit roher Gewalt in die Pedale müssen. Definitiv ein Bagger. Ist genauso wie die Bremse, wie das Gaspedal. Ist einfach ein Gedicht und es macht super viel Spaß. Da quietscht nichts, da knarrt es nichts. Da kannst du wirklich volles Brikett reintreten oder geschmeidig machen und alles ist Töfte. Für mich, wie gesagt, ein bisschen wenig Vorspannung. Ich bin hier schon auf dem Maximum. Ich habe das ausgemessen. Also das, was VHS empfiehlt, habe ich hier oben eingestellt. Mehr ist da leider nicht mehr drin. Was man natürlich am Ende noch machen könnte, wäre beispielsweise die Feder wechseln. Was ich schon sagte. Habe ich jetzt aber davon erstmal abgesehen, weil ich das so out of the box testen möchte. Was ich noch gemacht habe, ist hier vorne meine Pedale wieder ein bisschen nach vorne kippen. Damit sie nachher wieder so sind. Weil meine Pfeilen im Brick ein bisschen nach hinten. Das kann man nachher auch in dem Video nochmal sehen. Dann habe ich hier vorne nochmal ein paar Spacer reingesetzt. Das ist auch so das Maximum, was geht, um noch mehr Härte rauszuholen. Und das Einzige, was ich jetzt nicht gemacht habe, weil es mir ein bisschen zu kompliziert war, vorne in das Rig oder unten in das Rig reinzusteigen. Weil das für mich immer so ein bisschen schwierig ist, weil groß und ich stoße mich immer und kratze mich und haue mir den Kopf ein und so weiter und so fort. Ich habe leider hier vorne und das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte diesen Pin, den hier, also den Orangen, hätte ich noch ein bisschen höher machen können. Damit ich ein bisschen weniger Bremsweg habe. Damit ich irgendwann in der Wand reintrete. Und das möchte ich nochmal ausprobieren. Und da werde ich dir dann nochmal Feedback geben, wie das hier aussieht. Ob nach dem Stopp, wenn Feierabend ist, also wenn du hier unten angekommen bist, ob die Lotsel da noch weiter das Gewicht, ob das Gewicht dann noch eine Rolle spielt, was du reintrittst. Weil dann haben wir nämlich genau das, was ich nämlich gerne habe. Dass wir gegen eine Wand treten und dann nur noch Kraft entscheidet. Weil ich persönlich finde Kraft besser als Weg. Ansonsten, die Bremse, es ist großartig. Es baut sich total schön. Es ist super einfach mit den Anleitungen. Ich fand es am Anfang ein bisschen erschütternd, weil so viele Schrauben hier dran waren. Und so viel Klimm-Bim und so viel Schrauber und dies und das und Kontermodder und jenes. Aber es war am Ende gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss dazu sagen, es wäre schön und empfehlenswert, die so zu bauen, wenn sie frei sind. Oder du hast die Möglichkeit, von hinten so an deinen Rig ranzukommen oder hast ein bisschen mehr Platz, dich zu bewegen. Weil wenn es ein bisschen enger ist, es ist doch sehr friemelig, an den Pedalen was einzustellen. Overall, mal sage ich, wie es ist, hat mich komplett abgeholt. Ich bin ein Riesenfan von den Pedalen. Und sage auch so, 597 Euro, wenn man sie dann mal kaufen kann und sie verfügbar sind, ist ein richtiger Brecher. Ist ein Brecher. Also ist für mich vergleichsweise mit meinen Häusling-Welt-Sprint, die ich auch schon gefahren bin. Hier sind nur mechanische Teile drin, also Federn, keine Gummis. Ist geil. Fühle ich einfach. Und mit diesen Worten würde ich dich gerne an das Racing Rig schicken. Dort kannst du dir nämlich ansehen, wie man in der Software Sachen einstellt und es kalibrieren kann. Und später kannst du dir auch noch mal eine kleine Testfahrt damit angucken. Dankeschön für deine Zeit. Viel Spaß im Break. Kommen wir doch mal zur Software. Die Software ist, ja, ich sag mal, wenn man reinguckt, nicht so modern vom Aussehen. Aber wen interessiert das Aussehen, oder? Das ist am Ende, ist mir wirklich jetzt aufgefallen, als ich gerade die Pedale in der Hand hatte. Am Anfang habe ich mir so gedacht, boah, VHS, das ist ja wirklich ein bisschen mies so. Man könnte ja was an der Software machen. Aber das muss ich wirklich komplett revidieren, weil, ey, wenn du alles einstellen kannst, ist es doch wirklich drauf gekeckert, wie es aussieht. Also gucken wir uns doch mal die Software an. Wenn du jetzt also hier die Software aufmachst, siehst du VHS Direct Force Pro, das Config Tool. Und dann ist es. Mehr ist da nicht. Keine Kurven, nichts zum Rumschieben. Aber du kannst in der Theorie alles das trotzdem erreichen, weil du hier Schieberegel hast. Hier drinnen kannst du deine Pedale kalibrieren. Du kannst sie auf Factory Reset ändern. Du kannst sie Bootloader, damit du einfach die Software, beziehungsweise die Filmware nochmal updaten kannst. Und dann bist du eigentlich auch schon fertig mit dem Kram. Du kannst hier bei den Pedalen die kalibrieren. Es gibt ja unterschiedliche Pedale. Und das machen wir jetzt einfach mal ganz fix durch. Also wir drücken mal auf Start Calibration. Wir haben jetzt hier Release all Pedals and press the next step. Ich habe übrigens ganz, ganz oft den Fehler gemacht. Ich habe das gar nicht richtig für voll gelesen. Deswegen lese ich das gerade nochmal so idiotisch vor, damit das in meinem Kopf auch ankommt. Weil ich habe wirklich so häufig bei Kalibrierungen den Fehler gemacht, dass ich das nicht gelese. Also, next step. So, was haben wir denn hier? Press the throttle pedal to the desired max and travel. So, wir drücken jetzt einfach mal voll durch. Und da kommt gar nichts. Wieso das nicht? Ah ja. Das ist ja komisch. Jetzt will er meine Bremse nehmen. Press the throttle pedal. Oh, jetzt kommt er sogar durcheinander dabei. Siehst du, haben wir ein kleines Problem. Machen wir mal Cancel Calibration. Mein Throttle funktioniert noch, meine Bremse auch. Machen wir nochmal. Release all Pedals and press the next step. Haben wir. Ah, jetzt funktioniert. Siehst du, ist er vielleicht durcheinander gekommen. So, wie man sehen kann, drücke ich jetzt einfach durch. To the desired max. Und lass los. Und dann soll ich das einfach loslassen. Release the throttle pedal to a neutral position. Habe ich auch gemacht. Drücke ich next. Dann habe ich bei der Bremse, drücke ich jetzt auch noch einfach nochmal durch. Ich drücke jetzt mal bei 60% so rein. Das ist für mich gemütlich. Wisst ihr, manchmal überlege ich gerade, ob ich mein Pedal einfach weniger machen soll. Dass zum Beispiel sowas hier 100% ist. Aber bei mir ist es halt so ungefähr, also ich habe am Anfang, bin ich hier so mit 80 gefahren. Aber ich sage mal, 60 ist okay. Und dann lasse ich das einfach los. Und dann drücke ich next step. Und dann sage ich einfach save calibration. Und dann habe ich alles hier, was ich brauche. Was bei mir halt sehr groß auffiel, oder was mir sehr auffiel, ist hier zum Beispiel, wenn wir da mal 5% reinhauen. Das ist die Standard-Minimale Force, die du hast auf der Bremse. Und wenn ich jetzt, also jetzt gerade, liegt einfach nur mein Fuß drauf. Also in der neutralen Stellung. Und dann war ich immer schon bei 4-5%, die ich ausgelöst habe. Und ich habe das so ein bisschen durchgeklickert und habe mal geguckt, wann das verschwindet. Und das war bei mir so bei 15%, weil das hat bei mir einfach so doll durchgeklingelt irgendwann, dass ich selbst beim Fahren ganz große Probleme hatte, dass meine Bremse ausgelöst hat, obwohl mein Fuß da nur drauf lag. So, wenn ich jetzt nochmal meinen Fuß drauf lege, so jetzt ist er normal. 15% ist wirklich sehr, sehr viel. Aber die Pedale sind wirklich super empfindlich. Also gerade für Sockenfahrer, absolutes Gedicht, die Dinger. Wirklich tippitoppi, galoppi. Aber selbst auch mit Schuhe fährt sich das sehr gut. Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken. Jetzt kann ich hier ganz normal ein bisschen antippen. Und dann ist das schon drin. Also bei mir sieht man auch hier in den Pedalen, die Vorspannung ist wirklich sehr groß. Also normalerweise ist da ein bisschen mehr Bewegung drin. Aber könnt ihr ja jetzt sehen, hier geht das super, super durch in der Software. Eine Sache noch, bevor ihr das beendet, Safe Settings machen. Weil ich Trottel habe nämlich hier die 15% eingestellt und habe nicht Safe Settings gemacht und bin dann einfach rausgegangen und dachte mir so, ja, ist ja jetzt geritzt. Also einfach mal Safe Settings machen, Software zumachen und dann bist du fertig. Dann kannst du hier halt für dich noch deine Kurven einstellen. Also ob du jetzt beispielsweise eine lineare Kurve haben möchtest, so wie das hier ist. Ich bremse meistens linear oder eine geschwungene Kurve haben möchtest. Oder wenn du jetzt, weiß ich nicht, hier in iRacing fährst, dass du nicht bis 100% hoch bremst, dass du hier sagst, du gehst bis 95% hoch. Und ansonsten kannst du hier auch nichts weiter einstellen. Am Anfang habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich sehr gerne wissen wollen würde, wie viel Bremskraft ich dann aufwende und also wie viel Kilos ich da reindrücke, weil ich versuche immer in Kilo meine Bremse einzustellen. Weil meine Housing-Welt haben das damals gemacht, als auch meine Invictors mittlerweile. Da kann man das einigermaßen mit einer Zahl, sag ich mal, gleichsetzen. Das fehlt mir hier leider in der Software. Das würde ich sehr, sehr schön finden, wenn VHS das eventuell noch mit hinzufügen könnte, dass man sehen kann, wie viel Kilos man reindrückt. Weil jetzt haben wir hier einfach nur eine Prozentzahl, die Lothel kann 200 Kilo und jetzt könnte man sich dann eventuell ausrechnen, was er macht oder was er nicht macht und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Es ist überhaupt kein Dealbreaker, dass man sich das jetzt nicht mehr kaufen sollte. Das ist mehr so für den inneren Monk, dass man sagen kann, ey, auf der Pedale habe ich 60 gebremst, auf der habe ich 60 gebremst, ich würde hier auch gerne 60 bremsen. Weil hier macht man sehr viel nach Gefühl. Und sagen wir jetzt mal, du fährst seit zwei Jahren dieselben Pedale, du hast da 60 Kilo reingedrückt und jetzt fängst du hier an und dann musst du das wieder neu lernen. Und deswegen würde ich das echt toll finden, wenn man hier die Kilos sehen könnte beziehungsweise auch die Kilos einstellen könnte. Vielleicht kommt das nochmal in einem Update irgendwann dazu, vielleicht erreicht dieses Video VHS und dieses Feature kommt noch dazu. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Test rein und fahren die Dinger mal auf der Rennstrecke. Also kommen wir mal zum Fahrtest der VHS-Pedale. Wie ihr sehen könnt, sind sie aktuell hier an meinem Rig Dranne. Ich bin unterwegs mit dem Mercedes GT3 auf Spar und die Pedale sind für euch eingeblendet. Ich bin eingeblendet, wir drehen einfach mal eine Runde. Dann könnt ihr euch mal ein Bild davon machen, wie es bei mir ist. Meine Pedale sind jetzt aktuell wirklich sehr, sehr stramm eingestellt. Das strammste, was geht aktuell. Also mit den Einstellungen von Haus aus. Das heißt, die Vorspannung ist wirklich auf Maximum. Die Feder ist auf Maximum. Als auch die Zwischenstücke, die dazu dienen, den Weg etwas härter zu machen. Was kann man jetzt großartig über das Gefühl sagen? Wenn wir es jetzt mal vergleichen mit hydraulischen Bärmsen, also die Azitec, die ich schon seit vielen, vielen Jahren fahre, kann man feststellen, dass man gar nicht so doll in eine Wand tritt, sondern mehr so ein, ja, wie soll ich sagen, vom Gefühl her ist es so, als wenn man in einen Gummihammer tritt. Ich muss aber bei mir dazu gleich deklarieren. Ich bin ein Fahrer, der es gerne liebt, harte Bremsen zu haben. Und bei der VHS muss ich sagen, mit den Standardsachen wie der roten Bremse und die Einstellung ist es nicht möglich, die Bremse sehr, sehr hart zu kriegen. Also für meine Verhältnisse. Die ist schon sehr, sehr hart und das geht auch gut in die Beine. Nur leider ist es hinten rum, fühlt es sich so ein bisschen an wie eine Gummimauer. Oder ja, doch schon wie so eine Gummimauer, in die man reintritt. Aber sie sind unglaublich geil. Sie treffen nur meinen persönlichen Stil. Leider nicht wirklich. Also ich persönlich bin jetzt vom Gefühl her nicht ein großer Fan. Aber die Pedale sind wirklich unfassbar geil für das, was man machen kann. Und für das Geld, was man investiert in die Pedale, ist das schon wirklich sehr, sehr geil. Und ich bin sie jetzt eine Woche lang gefahren. Und zwar sehr, sehr viel. Wir sind damit auch ein Endo-Rennen gefahren. Gemeinsam mit meinem Kumpel Andreas als auch Ralf hier vor Ort. Und die sind sie auch gefahren. Und waren bis dato, ja, also Ralf möchte sie kaufen. Andreas ist da mehr neutral eingestellt. Weil der fährt natürlich mit meinen Settings und das ist nicht so sein Ding. Aber alles in allem für den Preis sind das wirklich schon richtige Banger-Pedalen. Und man merkt auch, dass da Leute dran waren, die schon mal mit Simracing zu tun hatten. Denn ob du nun die Pedalauflage für die Füße verstellen kannst, die Vorspannung verstellen kannst, den Bremsweg verstellen kannst, die Pedern wechseln kannst und den Bremsweg im Allgemeinen auch noch einstellen kannst. Du hast also die Möglichkeit, so viele Sachen an der Gerätschaft zu machen, dass man wirklich sagen kann, dass das richtige Banger-Pedalen sind. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, im Vergleich jetzt zu den Heusigenwelt-Sprint beispielsweise, dass hier keine Gummis drin sind, sondern Feder. Und die Feder ist sogar sehr schnell tauschbar. Ich denke aber, dass Federn, naja, weniger schnell abnutzen als Gummi. Das heißt, du hast hier wirklich nur mechanische Teile drin. Und das finde ich total geil. Was kann ich von den Rundenzeiten jetzt sagen? Ich war jetzt nicht unbedingt schneller. Ich war aber auch nicht langsamer. Also ich konnte mich jetzt binnen einer Woche super easy daran gewöhnen. Hatte die Möglichkeit, sehr, sehr viele Dinge auch einzustellen. Und habe auch sehr, sehr viele Dinge eingestellt. Das würde ich euch übrigens vorher empfehlen, da euch ein Tutorial-Video anzusehen, wie man Sachen einstellen kann. Weil wenn sie erstmal am Brick dran sind und sie stehen so wie meine an der Wand und ihr seid etwas größer und habt nicht so die Möglichkeiten, am Brick so einfach rumzufummeln, dann ist das ein ziemlicher Pain in the Ass, weil ich habe es einmal angebaut und musste es danach wieder abbauen. Und das war doof. Also würde ich euch wirklich empfehlen, euch die Tutorial-Videos dazu anzugucken. Die sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dann könnt ihr einfach loslegen. Wie ihr die Pedale jetzt da unten mal anseht. Also im Fußraum würde ich euch wirklich wenig empfehlen, an den Gerätschaften zu bauen. Denn es ist wirklich sehr, sehr schwer für mich jetzt als etwas größerer Mensch. Ich weiß, einige Menschen da draußen haben weniger Probleme, das zu machen. Aber ich musste meine ganzen Pedale abbauen, als ich dort unten im Fußraum etwas ändern wollte. Also ich wollte die Vorspannung ein bisschen schwerer machen. Das geht. Also ist auch alles möglich, wenn es dran ist und du ein bisschen mehr Luft hast. Aber wenn du an der Wand dran bist, könnte das zu Komplikationen führen. Also würde ich dir da draußen wirklich empfehlen, dass bevor du die Pedale dir an deinen Rig ran baust, die Einstellung so einigermaßen zu übernehmen, bis auf jetzt, sage ich mal, den Winkel der Annahme für die Füße hier oben. Ansonsten könnte es wirklich problematisch werden. Also ich gehe mal fast davon aus, ein, zwei Mal wäre das schon sinnvoll, das ranzubauen, umzustellen, abzunehmen, so dass es für deine persönliche Präferenz passt. Bei mir beispielsweise, ich habe leider nicht rausgefunden, warum. Ich habe ganz, ganz große Schmerzen in meiner linken Arschbacke vom Bremsen. Und ich habe leider noch nicht rausgefunden, warum. Weil ich habe das bei den Azitec, habe ich das noch nicht. Eine Theorie ist, dass meine Bremse, wie ihr jetzt unten sehen könnt, ein bisschen weiter auseinander ist als meine Azitec. Weil normalerweise bremse ich hier hin, in die Mitte rein, aber hier muss ich weiter nach außen bremsen. Also das ist bei mir jetzt, sage ich mal, in einer Woche Nutzung aufgetreten, dass das wirklich gezogen hat am Hintern. Also seid da auch immer ein bisschen vorsichtig, achtet auf eure Gesundheit an der Stelle. Also wenn was nicht passt, stellt das nochmal um. Aber overall, wirklich als Fazit zu den Pedalen, der Hype ist gerechtfertigt. Der Hype ist definitiv, hundertprozentig gerechtfertigt für 597 Euro, die man dafür bezahlt für Bremse und Gas. Absolute Banger-Pedalen. Kann ich einfach nichts anderes sagen. Ich habe wirklich gar nichts Schlechtes, über diese Pedalen zu sagen. Nur, dass sie meiner persönlichen Präferenz des Fahrens einfach nicht entsprechen. Also ist das eine absolute Kaufempfehlung und ich möchte VHS dafür Chapeau aussprechen. Denn das ist wirklich sehr durchdacht, gut konzipiert und ein Test für den Kunden, bei dem das nachher ankommt. Falls dir die Pedale gefallen oder du Interesse daran hast, hoffe ich konnte dir ein bisschen dabei weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bedanke mich, dass du dir das Video angesehen hast. Hau ein Däumchen drauf. Was hältst du von den VHS-Pedalen? Schreib mir das so einfach in die Kommentare. Lass es dir gut gehen. Bis denn, Dansen. Tschüss.